Hallo und willkommen bei Blueframe Video. Heute machen wir mal einen spektakulären Test. Wir wollen mal ausprobieren, ob der Quadrocopter Blade QX350 eine volle 0,5 Liter Flasche Bier hochheben kann. Die wiegt so ungefähr 880 Gramm, wird im Schwerpunkt des Copters aufgehangen, der Akku ist vollgeladen und dann geben wir mal Vollgas, mal gucken was dabei rauskommt. Wetten werden noch angenommen. Das war also der Beweis gerade, der Blade 350 QX kann eine volle 0,5 Liter Flasche Bier tragen. Ich habe sie mal gewogen, die wiegt 880 Gramm. Ein User hat das mal auf meinem YouTube-Kanal gefragt, wie viel der Copter heben kann. Mit 880 Gramm ist er aber am Limit. Ich glaube richtig fliegen ist damit nicht möglich. Geschätzte 500 Gramm gehen vielleicht gut in die Luft, aber er hat es geschafft. Yes, we can! Wir sind möglichen. Vielen Dank.